Hallo Leute, Bad Sachse hier und willkommen zu dem Halloween Special Ja, ich weiß, es kam etwas spät, viel zu spät, weil das ist ja so am ehesten oben, aber ich habe es halt viel zu spät, dass ich in eins bringen wollte. Ja, ich bin die Horror-Map, äh, Never Ending Nightmare, nein, andersrum. Was mit Nightmare war's? Ja, ich mache gleich noch schwer da rein, aber ich gehe erstmal in die Map. Story. Okay, kurz. 52% machen wir. Stay in Game Mode 2. Don't remove effects. Don't eat effects fast. Hab ich das eingestellt? Ja. Okay, dann machen wir gleich noch Schilder rein. Ja. Sorry, muss sein. Zieh mir ein bisschen, damit die ist nicht kaputt. Und... Es gibt Jumpscares. So, ich muss natürlich die Spieler da alleine, denn Was ist denn hier so rum? Achso, Leute, ich mache ganz kurz in Grad. Jetzt spiele ich jetzt mit dem Stück Kaffee High Player und damit habe ich auch kurz versucht, den Fehler zu behoben, aber... Ich glaube, die Heben-Ohr ging nicht. Und ich mache übrigens nicht mit Cam, weil ich die erste nicht angeschlossen habe und zweitens keine Lust auf Facecam habe. Also, ich habe mega Angst. Warte. So. Ich zittere hart, muss ich zugeben. Ich habe es gewusst. Ich habe es so hart gewusst. Wer mit euch... Wenn ich jetzt... Was steht da oben nochmal? Jetzt ist es mal, wer mit euch steht hier oben, da kommt ein Screamer. Komm. Ich habe Angst, ich muss mich jetzt noch mal aus Sonst weiß ich nicht, wie das Bild rein Übrigens ist auch hier ein Text im Blick drin Das heißt, es wurde 100 Pro was geändert Button Oh, hier leg ich mich noch mal hin Ey, was ist das? Weiter geht's Ah Hä? Na dann Leute Äh Was? Machen wir mal Ich habe mir irgendwie ganz kurz gezuckt Äh, hä? Ich habe den Sinn von der MIP noch nicht gecheckt, muss ich zugeben So, ich mache es natürlich mit F1, weil das sieht doch besser aus So, es ist gerade, äh, äh, ach, mal, also es ist 22 Uhr, 23 Uhr, 52 Uhr am 31.10.2016 Einfach mal, was gesagt zu haben, auch wenn es eh keinen interessiert Und ich bin alleine Es ist dunkel bei den Eltern und zwar draußen, zwar, aber mein Vater schläft Aber es ist mega dunkel Und die haben mich auch nicht, weil die Tür zu ist Dann ist bei mir noch die Gardine offen Und draußen ist es mega Also es bleibt dunkel, aber Man hört trotzdem noch manche Autos oder Geräusche Und das ist das Schlimme, Alter Und natürlich jetzt direkt nach dem Video, nachdem ich das Video schneiden will Das ist natürlich die andere Sache Das werdet ihr dann merken, ob ich es am 1.10. oder sogar erst später Ich werde es jetzt sogar noch, äh, durch ein und rennen und hochladen Aber das wird natürlich, denke ich nicht mehr am 31.10. passieren Sondern erst am 1.11.2016 So, und was? Hä, warte mal Ah, meine Ohren, Alter Wann kann ich kaum was erkennen Oh, meine Ohren Das ist dicht Das ist ja richtig geil, finde ich Ich kann nicht sagen, dass ich mir Scheiße finde, echt Die ist so geil Ja, Alter Machst du noch eine Falle draus? Na, komm Ich dachte, komm, es geht Fuck Äh Ja, ich muss kurz karten Ich habe da, wenn ich es gerade umgekehrt habe, ich bin der falsche Fehler angegangen Ich hoffe, dass es noch die gleiche Stelle, als wir angefangen haben Okay, es ist die 1, die gleiche Ach, na dann, Leute Also Wir sind natürlich noch nicht gecheckt, was Niemand von mir will Klar, ich habe natürlich schon erschrocken Klar, es ist los Ich zittere sogar wenig Hier habe ich hier Wenn wir da stattfinden Bevor ich an die Tür komme, wird noch irgendwas passieren Scream oder irgendwas Oder irgendeine Seite kommt irgendwann Tür 4 raus Hier ist auch noch eine Kiste Hier ist auch noch eine Kiste wahrscheinlich Da ist nichts drin Oh Gott Ich hoffe, ich habe noch nicht zu übersehen bis jetzt Ich sehe noch eine Tür auf, nicht Hier ist wieder eine Kiste Auch nichts Okay, Leute Jetzt ist Okay, damit habe ich nicht gerechnet Zumindest nicht so viel My bike iron bars Was Also hier ist mein Bett Warum bin ich immer die 10 hin, ne? Äh, äh, äh Ich check gar nicht, ne? Findest du dich gerade Wie bin ich das geboren? Richtig? Ja Und das ist geil gemacht Aber der meinte, die Map dauert ungefähr 6 Minuten Jetzt sind wir gerade ungefähr 5 Minuten So, da kann sie nur noch knapp eine Minute dauern Jetzt reicht Also etwas zumindest Und die ist einfach so geil die Map Die ist echt gelungen Kann ich nicht meckern Ich habe es ja auch schon mal gesagt Mann, diese Leute Geräusche Puh, Alter Ehm RIP House P Ehhh House P F F Eh Annart Ruben Freddy J Josh Donald Trump Alles klar Drake Mike Jack Jack Chip Dan Chloe oder slow Chloe even Harry Scott Edward Nick Joyce Kevin Ron Jesse 7 Minuten Ja Leute, dann was ist das? Und ich habe gehört, wenn ihr ein Like da lasst, dann gibt es morgen keine Schule It's a prank! Das müsst ihr natürlich nicht, aber wenn ihr fandet, dass dieses Video ganz gut war oder die Map euch gefallen hat, auch wenn sie natürlich wie gesagt sehr kurz war also es stand ja auch da 6 Minuten dann lasst es dann positiv werden und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Happy Halloween!